Genau das wollte ich nicht. So jetzt muss der Großmeister weg und dann können wir den Digga deaktivieren. Darf ich töten? Wo kommen die her? Was da? Wir sollen weggehen. Verstanden? Wo kommen die her? Oh, das macht sie fertig. Diese Priesterhallen aber auch ein bisschen weg. Nee. Ja, die Säule berühren. Alles nehmen, was der hatte. Ja, ich erhalte Erfahrungsgugte dafür, dass ich eigentlich gar keine mehr halten könnte. Oh, das könnte sportlich werden. Und los! Sofort! Für die Freiheit! Was ist passiert? Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Okay, das war der letzte Seelenspiel. Auf meinem Befehl! Auf mein Zeichen! Auf meinem Befehl! Ja! Vorwärts! Auf meinem Befehl! Geht's los! Was ist auch gut? Darf ich töten? Nicht zurückweichen! Schnell! So, dann gucken wir mal kurz, wo es hier lang geht. Sofort! Vorwärts! Wahrscheinlich einmal um die Insel rum, aber das ist okay. Sommer im Griff! Folgt mir! Folgt mir! Ich liebe es, wenn meine Trollwerfer kurz im Prozess machen. Bringen wir es zu Ende! Und los! Zeit zu sterben! Darf ich töten? Verstanden! So! Ja! Vorwärts! Das hier noch plünder. Schnell! Und los! Jetzt gehen wir erstmal hier rüber zu dem Seelenfels und gucken mal, was wir von da aus sehen können. Ach ja, übrigens, mir fällt ein, die Begrüßung ist vorhin etwas klamm ausgefallen, weil wir ziemlich nett begrüßt wurden nach dem Laden. Also ja, ich hole nochmal, meine lieben Rollenspielstrategiespiel- und Zwergenfreunde. Mir nach! Ah, da ist der Hauptkomplex. Vorwärts! Also da im Süden. Und los! Hier! Sofort! Sofort! Ja, später müssen wir irgendwann noch die ganzen toten Gegner, äh, einsammeln. Was wünscht ihr ohne Weg? Ach, der hat nichts mehr. Der sah nur so aus. Ach, und da ist der andere Tempel. Den können wir ziemlich leicht von dort aus erreichen. Gut. Dann können wir ja hier oben rum rüber gehen. Auf mein Kommando! Ja! Vorwärts! Zur Ehre Aonius! Mit unserer ganzen Armee. Ruf, ruf! Ja! Sofort! Zum Angreif! Was wollen die? Schnell! Schnell! Also erstmal unserer Armee hier irgendwo entgegenkommen. Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Die Rune ruft! Zu Befehl! Sie sind überall! Auf dem Weg! Haltet durch! Haltet durch, Männer! So, jetzt nur die Frage, wo ist Schierter zum Schwarze Turm? Ja! Und los! Da ist der Schwarze Turm. Das heißt, ihr weitet eures Amtes. Und werdet diese Abscheuligkeit los. Auf mein Schnell! Und los! Mir nach! Zur Ehre Aonius! Was wollen die? Die sollen weggehen! Ja! Bringen wir es zu Ende! Kloppt den Priester um. Der nervt. Für die Freiheit! So! Die sollen weggehen! Oh, Zauberzone der Heilung, die uns nichts bringt, weil wir das Level nie erreichen werden. So. Auf mein Kommando! Was soll ich? Was soll ich? Ja! Nehmt euch vor! Das heißt, wir können uns jetzt mit der Armee treffen. Ich finde ihr nicht. Ich fühle sie. Wo ist meine Keule? Erwaschen! Was fühle sie? Was denn? Ja! Hält euch vor! Okay, können wir noch nicht ganz. Oh, da war ein Boot. Ich rieche ihr... Was ist? Mir nach! Das heißt, die beiden Affen, da schalten wir noch so aus und die beiden... Wobei, wir können auch alle Affen ausschalten. Und dann, wie gesagt, da oben lang gehen. Mal gucken, was war das für ein Bogen. Herzsuche. Ah nein, wir haben schon was Besseres. Goldner Ring der Weisheit? Ja, okay. Auf meinem Befehl. So, der Schreiaffe weg. Und los! Und los! Sofort! Zu euren Dienst. Sie sind die Wahl! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Da oben rum, dann hier drüben und dann machen wir die Mittelinsel. Auf meinem Befehl! Für die Rune! Folgt mir! Für die Freiheit! So, Geister Affe. Verschwindet! Klamm wieder zu mir! Was wollen die? Der Meisterschützer hat den Preis verdammt viel ab, muss ich sagen. Sofort! Zum Angreif! Da möchte ich töten! Schnell! Vorwärts! Folgt mir! So, jetzt müssen wir warten, bis... Was denn? Was? Wie? ...die zwei nicht mehr hypnotisiert sind. Und dann muss ich, was? Darf ich töten? Wo sonst? Oh ja, ihr fünf kommt mal her. Keine Last. Dann tun wir uns hier auch ein bisschen verbarrikadieren wieder. Die sind in der Stadt. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Zu euren Liebsten.